In Sri Lanka haben die Behörden den Schießbefehl erteilt. Es ist eine Reaktion auf die tödlichen Ausschreitungen im Land und soll weitere Unruhen unterdrücken. Laut Verteidigungsministerium sind die Sicherheitskräfte angewiesen, auf jeden zu schießen, der öffentliches Eigentum plündert oder Menschenleben gefährdet. Sri Lanka ist von einer schweren Wirtschaftskrise getroffen. Seit Wochen dauern die Proteste an. Am Montag waren sie gewaltsam eskaliert. Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Regierungsanhängern und Regierungsgegnern griffen sich die Menschen mit Stöcken und Knüppeln an. Die Polizei setzte Trennengas und Wasserwerfer ein. Sie verhängte zunächst eine Ausgangssperre für die Hauptstadt Colombo, die später auf das ganze Land ausgeweitet wurde und bis Mittwoch andauern soll. Vielerorts widersetzten sich Menschen jedoch der Ausgangssperre. Bei den Protesten wurden mindestens acht Menschen getötet. Hunderte wurden verletzt.